ARD Text im Auftrag von Funk Ich räum dich weg Nyaaaaaah Oh ja komm im Kreis fahren Dandelu Hehehehe Boah jetzt hab ich dich dabei Ey dich war mega cool ey Nyaaaaaah Du Spasti Du bist voll die Pussy die ganze Zeit nach im Kreis zu fahren Ja was machst du denn? Oh Jetzt aber Nyaaaaaah Hehehehe Boah die Map ist voll cool alter Hehehehe Rrrrrrrr Alter Hahaha Nyaaaaaah Jetzt hab ich dich NEIN Hehehehe 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 Hehehe Nein Aber ich hab dein Muster raus Hehehehe 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 Ich hab's nicht gleich komplett Wow NEIN Ich bin crash Ey ich hab eingeparkt Wo hast du denn? Komm nicht mehr raus Okay Hehehehe 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 Hey du Penner Hehehehe Wie seid ihr denn eingestiegen? Mit E Die Die Ehhh Ente Emil Boah alter Kann fliegen mit dem Teil Wie Erektion Aber leider haben die keine geschützt oder so Hehehehe 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 Warte Die hatten doch In dem Spiel hatten die doch so ein MG dran oder nicht? Ja Die haben wir den ganzen Tag gedreht Ich hab wieder eingeparkt Hehehehe Hehehehe Das ist einfach nur dumm fahren Wer das nicht sein Sind zwischen alle da? Komm warte Wer ist von euch Traitor? Ich Keine Ahnung Ich auch nicht Hat eh so ich gesagt? Nein Ich bin Innocent Ja dann ist Luca Sonst hätte ich auf euch geschossen Ah ne da lebt noch einer ne? Ne lebt noch einer Sonst hätte ich auf euch geschossen als ihr in den Booten gesessen habt Komm wir beenden dass die anderen auch einsteigen können Alles klar Alter Aua 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 Ja Aua 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 Luca Alter wieviel ich hab'n ausfüßsack Hehehehe Hehehe Hey du warst es gar nicht Ja Leser wo bist du? Ich bin schon tot Was ist tot? Das ist ja schon fertig das Spiel Hä? Hä? Wieso kam bei mir nicht die Meldung? Hast du schon schon weggekriegt? Hey guck mal wie Guck mal wie klein das Wasser ist Das ist nur so 1 cm Schicht Hier, überall auf der Map, habe ich schon geguckt. Schnell sichert euch die Boote, solange welche da sind. Oh mein Boot ist auf einmal laut. Oh, du hast mal geworfen. Ich hätte gerne Hupe. Macht euer Boot auf, bitte. Was soll das rausschießen? Warte. Meine Boote machen auf einmal die Deutsche. Okay. Was so ist. Ich guck mal die anderen Boote an. Ich seh dich nicht. Ah, jetzt ist es besser. Boah, ich hab voll den Ball-Raid gemacht. Ja man, ich auch. Aber da schießt einer auf uns. Ja, das ist wirklich. Fuck. Fuck. Nein, hat einer gestorben. Ja, ich kann jetzt hier oben fahren. Ja, ich kann jetzt hier oben fahren. Guck mal, ich kann hier. Du zieht mich. Ja, du ziehst du mich? Jaaaa. Guck mal, hier kann man das richtig machen von dir. Und fliege. Matze, 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 Matze. Das ist Perry, ich hab dich gerade geschützt. Posten. Hauptsache erstmal schreien, Matze ist es. Also ich und Max war, wir fangen jetzt nur mit dem scheiß Boot rum. Ja, man. Also mega unproduktiv. Richtig produktiv. Fahr mal das Boot hoch. Fahr mal genau da aus. Luca. Fahr mal genau auf... Achso, war schon zu Ende. Ja. Ja, komm, Boot fahren können wir später. Erstmal hier weiter die Map bekunden. Okay, wo fahr ich hier hoch? Ich... Okay, fahr mal, fahr mal weiter. Wohin? Hier weiter? Hier hinten ist irgendwie so ein Traitor-Raum oder sowas, den kann man nicht öffnen. Da ist ja so ein Boot als Ramp unter die Tür, die geht nicht auf. Einer ist mit dem Boot hochgefahren. Einer hat den Trick rausgefunden, wie man hochfahren kann. Du Schwein. Vorsicht, das Loch anfasst. Nein, nein. Der hat hier so... Wo bist du denn? Brennt ja wer stöhnt hinterher. Ey, was ist das für ein Ding? Oh mein Gott, da ist auf einmal so ein fliegendes Viech. Das war ein Stück davon. Hä, wo? Alter. Wer hat die denn geholt? Alter. 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 Ja, nicht mit mir, ne? Okay, 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 okay. Ich höre ab. Alter, das... Wow, 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 wow! What the fuck ist das denn? Fuck. Da hinten... Da hinten hat einer die Leute erschossen. Aua! Aua! Da die hier in dem Raum. Wo kommt man denn hier rein? Da sind da vorhin als Spectator durchgeflogen. Da sind da irgendwelche Knöpfe. Wahrscheinlich kannst du da so ne Kacke mit auslösen. Okay. Ja übertreib ich komm hin. Oh Gott. Hier ist ein dicker Tresor. Boah über uns. Jetzt schnell Max. Lauf, lauf, lauf. Nein, nein, nein. Dick, komm die, komm die, komm. Ich kann uns gegenheilen ne Zeit lang. Wie viel Schaden machen die denn? Hinter uns. Oh Gott. Oh Gott schnell schnell. Ich kann uns heilen. Wir schaffen das durchzulaufen. Nimm ne dicke Waffe in die Hand. Hast du ne dicke Waffe? Hallo, hallo. Was? Die sind alle auf deiner Seite. Matze, Matze, Matze. Komm mit, komm mit, komm mit. Schnell. Wir laufen durch. Ich heil uns gegen. Ah. Oh Scheiße. Fag ich hab hier ne Muni mehr. Komm, komm, komm schnell. Jawoll. Wie auch du eben gerade drum rum geschossen hast. Aua. Ach ja. Alter, hier hinten geht's ja auch noch mal. Wer hat immer diese Teile gerufen? Ja hier. Die hab ich gerufen. Alter, diesen Dübel. Was war das denn im Rauchen oder was? Wer will ich mir selbst ins Bein schießen, wenn ich dir das jetzt verraten werde? Beinscheißen. Da ist irgendwo drin so'n Knopf. Soviel kann ich dir sagen. Ja. Ich weiß. Ich hab grad als Big Data mal dahinter geguckt. Das war das, was du gesagt hast, Matze, war. Naja. Äh. Ist er hier weg. Nicht draußen, ey. Ja. Und ich würd das nicht wenigstens rufen werden, ne. Aua. Hallo? Anyone? Du, bleib mal stehen. Kann man den Aufzug irgendwie rufen? Okay. Geil ist das. Oh. Wer? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, auf wen ich jetzt schießen soll. Wer war's denn? Äh. Nicht auf Inditekt. Keine Ahnung oder was. Hä? Wer? Luca war's. Machst du. Achtung, draußen sind wieder diese Viecher. Oh nein. Okay, dann mach jemand, der hier drin ist. Max Barr. Wieso? Ich war hier bei den Storage Dingern da. Der hier ist doch Traitor. Ich bin's nicht. Ich war eben grad bei diesem... Ich weiß gar nicht, wo der Knopf überhaupt ist. Oh Gott. Ich bin in... Ähm. Hier ist überhaupt Muckas Paradies dahin. Ganz viele Explosivfetzen. Oh Gott, 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 Hilfe. Ach so, es sind nur B3 hier, oder wie? champapp De니까 für diegenteste Nackte Peri bzw. Patipers. Muca kommt grade. advisory ist auch noch da. Ne, aber na, wer gerade eben kraft ist. Wat ist hier? muss ma hier durch das Ding durchgehen, oder wie? mira ja, kann man. oder sieht aus wie ein Traitor rum, guck mal. hier ist Servus extent. Loil, Muckas Traitor. Alle können da durch. Gebt lieber nicht da durch, ich wahrne euch. Warum hast du mich nicht gewonnen? Was? Wie kann man diese Teile holen? Wenn du reinkommst, links ist so ein komischer an diesem Mischpult da. Da kannst du D drücken als Trader. Ich habe gerade als Spectator mal geschaut, die Map ist noch entriesig. Da ist unterirdisch noch übelst viel. Hast du das fette Riesen-Elien gesehen? Nee, das Riesen-Elien. Komm mal eben, warte, bleibt mal hier alle am Spawn. Bleib mal eben alle am Spawn hier stehen. Ja genau, er will erstmal einen Heli rufen als Trader. Der will jetzt erstmal eine G-Hard-Bombe zünden. Hey guck mal, hier ist doch schon... Habt ihr nicht hier diese Heli im Boden? Ja, Wind. Egal, ich lauf jetzt weg. Ihr könnt mich alle mal. Hier links das, oder was? Warte. Oh, der war eh so... Max, guck, hier drin war das. Ja. Oh, schade. Ey, wer hat die geholt, Mann? Ich diesmal nicht. Ich glaub, es war... Ihr könnt nebenbei auch immer da durch, da durch, da durch teleportieren, ne? Ihr müsst kein Trader sein. Wo kommen wir denn hin? Einfach nur raus, oder was? Ja, das ist doch. Alter, alter, alter. Wer aufzug kommt. Ich bin gleich tot. Boah. Diese Helikopter sind so übertrieben, Mann. Geht. So stark sind wir auch nicht. Die ballern wie so wahnsinnig, ey. Ich glaub, man wird ein random Auto teleportiert. Ne, ne, du wirst... Du wirst immer anders selber teleportieren. Ne, ne, als ich Traitor war, bin ich so ein Traitor rum gekommen. Aber wie kommt man hier in diesen Tresor rein, ne? Ich bin zweimal in den selben Raum... Oder zweimal zum Spawn halt, den teleportierten. Oha. Vielleicht kann man den aufsprengen mit den Explosivfässern. Half-Life 2 Episode. Das ist immer gelern. Wollen wir die gleich mal aufheben. Ich glaub, Fabi ist es. Wo geht's denn hier hin? Ich weiß auch nicht. Ja, hier ist ein Half-Life 3 Poster. Alter, das ist mega krass. Ohloi, Mokahai. Na ja. Ich schieds mich mal nicht ab. Man muss mal testen, durch die Türen durchzugehen. Hier gibt's so viele Teleports. Hat. Diese Leiter. Lass mich durch. Ah. Du musst Leiter stücken, ne? Ja. Aber der bleibt davon dran kleben. Oh, da fällt Gans runter. Oh Gott. Boah, war das knapp. Ohohohoho. Einen Meter über den Boden gestoppt. Alter Schwede. Oh Gott. Oh, ich bin bei der Küche. Jihad. Sieg. Oh. Oh Oh. King. Wer schießt auf mich Ja Leute ich hoffe das Video hat euch gefallen wenn ja dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video Hier oben habt ihr jetzt mal ein DayZ Video und unten den letzten TTT Part Haut raus